Hallo zusammen, hier ist wieder euer Taylor und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um zwei Mythisch-Plus-Kisten, und zwar sowohl die vom Alichar als auch die von meinem Horden-Char. Und ja, dann gucken wir mal rein, was ich denn für Luder zu erwarten habe. Und zwar habe ich mit dem Alichar eine 6er Mythisch-Plus lediglich gemacht. Letzte Woche ist jetzt nicht sonderlich hoch, aber mit dem raide ich auch im Moment nicht. Und dementsprechend habe ich nur eine einzige Instanz gemacht. Mit dem Horden-Char habe ich selbstverständlich eine höhere Instanz gemacht, und zwar eine 10er. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, hier eine 10er, wie alle anderen Instanzen, die ich davor gemacht habe, vorm Trans sind leider weg, komischerweise. Also habe ich jetzt leider nur noch die eine 10er hier drinstehen, aber ich müsste auf jeden Fall 10er Loot kriegen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Alikiste an. Und jetzt drückt mir mal die Daumen, mit dem kann ich noch gut Loot brauchen. Der hat nämlich erst 3,50 Gear. Und ja, gucken wir mal, was wir rauskriegen. Na? Oh, ach stimmt, ich vergaß, wir müssen ja ewig lang aufmachen. Und was kriege ich raus? Äh, okay, Azarit kriegen wir raus. Oh, wir haben mein Trinket rausbekommen. Ähm, das lässt hier irgendwelchen Gold fallen, und das macht zusätzlich körperlichen Schaden. Ja, gut, hört sich jetzt nicht ganz so schlecht an. Jetzt muss ich mal gucken, welches ich rausnehme. Ob ich das Use Trinket... Aha, ich weiß nicht, eigentlich finde ich das ganz gut, dass es hier diese Effekte würfelt. Das muss ich mal noch gucken, welches ich dann rausnehme. Jetzt habe ich auf jeden Fall 3,52 damit an Item Level. Und das ist doch schon mal eine schicke Geschichte. Gut, dann würde ich sagen, ich tue jetzt erst mal das eine Trinket hier raus. Warte mal, da habe ich ein niedrigeres Item Level. Ah, da würde ich auf 52 kommen. Warte mal, irgendwo habe ich noch Gear, wo ich... Ah, die Handschuhe. Ja, genau, das hatte Biss-Stats, und das hier hatte keine Biss-Stats. Naja, der Char ist, wie gesagt, da schaue ich bloß immer, dass ich eine Mythic Plus mache, um wenigstens ein bisschen Gear zu kriegen. Aber als Non-Raid Char interessiert es jetzt nicht sonderlich. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier ein bisschen besseres Gear rauskriege. Denn hier kann ich nur einiges brauchen. Ein Umhang oder Handgelenke oder eine Waffe wäre halt richtig, richtig dicke. Ich glaube, Brust kann, glaube ich, gar nicht rauskommen. Oder doch, ne. Okay, Dings-Items können auch rauskommen. Jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Also Brust wäre gut oder Waffe wäre sehr, sehr gut, wenn ich kriegen würde. Ach, fuck, ich habe eine Hose. Ich kriege eine Hose, habe ich doch schon eine 370er. Naja, und die hat nicht mal gute Stats. Hm, soll ich die anlegen? Warte, was habe ich denn da mehr an Ausdauer und Beweglichkeit? Lohnt sich das? Oh, das ist aber schon viel, ne. Das ist schon richtig viel. Ja gut, die andere Hose, die ich anhatte, hatte jetzt auch nur einen Stat, der für mich vorteilhaft ist. Ah, sie ist halt schon besser. Alleine das, was ich an Live mehr kriege, beziehungsweise dann an Agi auch, muss ich so fast anziehen. Ist halt, ja, jetzt blöd gelaufen, weil ich hier schon 370er hatte und das jetzt gegen 380er tauscht. Das sind nur 10 Item-Level. Cooler wäre es halt gewesen. Riesen, Brust, Waffe, das hätte für mich mehr ausgehört. Naja, diesmal war ich nicht krass laggy. Hochgerollt ist es, glaube ich, auch nicht, oder? Das andere, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob das, obwohl das muss, glaube ich, schon hochgerollt sein, weil eine 6er droppt, glaube ich, kein 365. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, krasses Lack hatte ich nicht. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Schreibt mir gerne mal, wie es bei euch aussah, ob ihr irgendwas Krasses rausgekriegt habt, wo euch richtig gefreut habt oder ob es ähnlicher nüchternd ist wie bei mir. Naja, zumindest ein kleines Upgrade bei beiden ist es. Ja, das war es für ein Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.